Ich glaube, ich gehe wirklich zur Peak. Das ist jetzt nicht ihren Ernst. Unglaublich. Lang lebe der König. Wir werden vom Mozilla-Strahl wieder beschossen. Stehen ganz gemütlich auf. Denken uns, ja, sollten vielleicht mal raus hier. Reißen die Tür auf, gucken raus, denken sich, ja, schönes Wetter heute. Oh, diese Luft. So frisch. So, jetzt gucke ich mal, wo ich hin kann. Okay, Soldat, markiere einen Anstiegspunkt für dein Team. Ich glaube, ich gehe wirklich zur Peak. Nach Peak. Also, Lakoratskiste lokalisiert. Position sicher. Ich habe sie nicht. Schreibt euch die Freunde aus und schnappt euch ihre Daten. Wir haben schon einen gewonnen. Dinger, da ist ja noch einer. Den habe ich gar nicht gesehen, Mann. Alter. Geht's mir auf den Sack, ey. Ach du. King Kong fli- King Kong ist rückwärts gesprungen. Sollte das so sein? Das sah irgendwie komisch aus, oder nicht? Kann ich gebrauchen. Ist der da drin, oder was? Komm, ich bleib mal hier. Wo denn, bitte? Ach, das war nur King Kong. Ja, tolle Waffen sind das jetzt nicht, finde ich. Oh, du Scheiß. Weißt du, er übertreibt direkt mit diesem Scheiß hier. Möchte mich mit der MG beschießen. Boah. Ja, du hast dich wahrscheinlich genauso erschrocken. Diesen Kackaffen. Den hole ich mir. Oder, falls ich da jetzt überhaupt irgendwie hochkomme. Ja. Natürlich steht da direkt ein anderer Axtspast. Egal, einen Killer haben wir. Hier ist gerade noch jemand gestorben. Bekloppter ging es jetzt nicht. Dümmer ging es jetzt nicht. Hochziehen. Aber sofort. Ja, das ist... Ja, das ist... Ach, leck mich doch am Arsch. Oh, Gott, ey. Das ist jetzt nicht deren Ernst. Das ist jetzt nicht deren Ernst. Das ist so klar, ne? Dass in dem Moment natürlich ein Schuss von diesem Penner kommen muss. Ja, sicher. Ach, weißt du, was leck ich doch am Arsch. Ich frage dich dieses Mal besser. Egal, lassen wir ihn mal. Sammeln wir auch was bekommen können Scheiße Digga Du kleiner Spacko ey Wollen wir mal noch? Kommt eh gleich noch einer Falschlicher Soldat Ja ok es wird Zeit abzuhauen So wenn ich Glück habe reicht das Gas bis dahin Aber ich habe keine mit der ich weit Mit der ich weit schießen kann Ich glaube einer ist hier Irgendwo gewesen Direkt hier drunter wahrscheinlich Die nehme ich dann So das Ding ist so gerne ich hier bleiben würde Muss ich weiter ziehen Jetzt bin ich leider hier ziemlich offenflächig unterwegs Ich bin hier Sowas von ungeschützt gerade Das ist unglaublich Ich glaube ich springe mal hier ab Versuche mal irgendwie zumindest hier Diesen Typ zu umgehen Unglaublich Unglaublich Das ist wie weiß ich nicht Wenn ich wenigstens eine Karre finden würde oder so Guck mal hier bietet sich gerade jemand an Das war klar dass irgendein Spacko von hinten Meint abzufacken hier Ach Kerr du Meint nicht abzuschrauben Das ist er kam Nächste mal wird es anders laufen Jetzt zurück zur Basis Ja Ich kann das ja dann Chor Und Unas 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 Unas